Hey, hallo liebe Cuxa von Fotografiert-Fans, schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier bei einem neuen Video von mir. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, warum kein Video gekommen ist heute Morgen und jetzt es gekommen ist. Ich kann euch den Grund nennen, erstens, ich war heute Morgen noch arbeiten, ich hatte Frühschicht um 6 Uhr, ich bin nicht dazu gekommen, ein neues Video zu drehen, deswegen habe ich jetzt gerade dieses Video gedreht und ich muss sagen, ich kann auch nicht los mit der Kamera momentan, weil das Wetter ist echt zum kurzen Grund, ihr braucht nur rausgucken. Es ist stürmisch jetzt momentan, es lohnt sich nicht los zu gehen, es ist grau, sehr, sehr windig und es soll ja noch schlimmer werden, nächste Woche soll ja schon wieder ein neuer Sturm tief kommen und es regnet, regnet, regnet nur noch. Was soll man dann bitte schön draußen machen? Ich würde so gerne losgehen an das Wasser, einen Sonnenaufgang oder meinetwegen auch einen Sonnenuntergang fotografieren wieder und filmen und aufnehmen, so wie ihr es dann natürlich sehen könnt, wie das hier in Cuxhaven ist, aber momentan, das Wetter spielt leider nicht mit und das finde ich echt blöde, es ist nervig und ja, der eine oder andere von euch kennt das bestimmt, die könnt ihr gerne mal hier unten in den Kommentaren reinschreiben, wie bei euch das Wetter so ist. Ich denke mal, bestimmt genauso blöd wie hier oben im Norden bei Cuxhaven. Vielen Dank ihr Lieben, euer Marcel, Cuxhaven fotografiert.